Ich lerne Deutsch. Nummer 13533 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Gefallen dir die Bilder? Auf der nächsten Seite findest du noch mehr. Gefallen dir die Bilder? Auf der nächsten Seite findest du noch mehr. Experimentieren fördert die Kreativität und das Problembewusstsein der Kinder. Experimentieren fördert die Kreativität und das Problembewusstsein der Kinder. Experimentieren fördert die Kreativität und das Problembewusstsein der Kinder. Die Organisation eines Unternehmens ist ein dynamischer Prozess, der sich ständig an veränderte Rahmenbedingungen anpassen muss. Die Organisation eines Unternehmens ist ein dynamischer Prozess, der sich ständig an veränderte Rahmenbedingungen anpassen muss. Das Buch enthält eine Geheimformel für einen Liebeszauber, der Herzen verbinden soll. Das Buch enthält eine Geheimformel für einen Liebeszauber, der Herzen verbinden soll. Das Buch enthält eine Geheimformel für einen Liebeszauber, der Herzen verbinden soll. Du brauchst keine Angst vor der Spritze zu haben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.